Show me how to lie, you're getting better all the time and turn it all against one, is it art that's hard to teach? 3 Tagen von Watch Dogs loszureißen und wir spielen, also wir heißt Monkey und ich, sag mal hallo Monkey, Monkey Dinky, wir spielen TM den Bots, ich hab jetzt das weggeschnitten, müsste ich zu lassen, ich guck mal was zu treffen, ich guck mal ob das was wird, ich try den 1440 hier, ich liebe diesen Spot, der ist so schön, ja, muss ich halt mal treffen, gell? Müsste man ja, komm, ah, ich hasse diesen Bot, wow ok, das soll man keinen verlangen, hey lass mich holen, ok, das sah ziemlich komisch aus, aber so ungefähr drauf, wir runterspringen, was haben die, was haben die, Bots werden verlangen, die rennen mir einfach dauerhaft hinterher, Epic Fail auf, fuck, über Epic Fail auf, fuck, über-epic 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 Fail auf, dauerhaft, 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 da Alter, das kann echt nicht wahr sein. Ja, sehe ich auch so Magie. Okay, dann Fail. Soll ich mal was einfacheres tryen oder so? Ja, mal ne Idee. Ja, mal ne Idee. Ich bin dafür gemacht, dass wir hier förbern. Oh, auch Fail. Dafür, dass ich jetzt mal treffe. Hört sich auch gut an, ja. Ich bin dafür. Das war ein episch Fall. Oh, Bum, 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 Bum. Oh, ich treffe den jetzt, jetzt, jetzt. Oh, genau so wirft man. LOL. Ich hätte den gerade bei einer Two Piece mit KSI gegeben. Ich hätte so gelacht. Ja, mach ruhig hier deinen Messervier, du Nude. Oh mein Gott. Ich hab mich gerade so erschrocken, weil du mich gekneift hast. Oh. Ey, ich muss das langsam mal treffen. Oh Gott. Die attackieren wieder. Ja, einfach runterspringen. Ich verschließe die Leute nicht. Ey, nicht mich stun. Mann. Der guckst du an. Der will was. Alter. Ich hab noch einen Running Man am Ende gemacht. Das war... Nicht gewollt, aber es sah gut aus. Würde ich das gerne mal treffen. Left over. Oh, okay. Hätte jetzt funktionieren können. Oh, nice one. War das 1080? Das wird belohnt werden. Weiß ich nicht. Habe ich nicht so drauf geachtet. Ich weiß nicht mal, ob das Pre-Amb war. Du hast doch den innen getroffen, nicht den außen. Aber das sah end... Das sah end schön aus, Mann. Leuch. Jo, das war Game 1. Wir entscheiden dann gleich, ob wir noch ein zweites machen oder nicht. Bis gleich. Ich hab was drauf. Okay, ich nehm euch den au. Jo, willkommen zurück zu Game 2. Wir haben uns jetzt mal für die Biene entschieden, hier noch was zu treffen. Mal gucken, was passiert. Kann man auf Pretty Sick Distance gehen hier. Was ist das? Man könnte theoretisch auf Pretty Sick Distance gehen. Theoretisch. Ja, ich denke, ich hab's nicht auf meine Brücke gepasst. Boah, das hätte so hässlich ausgesehen. Das hätte so hässlich ausgesehen. Nur für dich. Was ist das? Ich hab's gleich einen Lefty Sachsen. Ich hab's gleich einen Lefty Sachsen. Ha, ich hab' fast schon von First Shry nach Antage getroffen. Warte. Der eine Bot, der ist die ganze Zeit irgendwie in meiner Nähe und schießt auf mich. Passt so an. Oh, Fail of the Week. Oh, aber der Klo. Der war sicher der Kloch. Der war sicher der Kloch. Der war sicher der Kloch. Touch my head. I'm dressed my head. I'm dressed my head everywhere. Ich hab' eben keine Ahnung, woher nicht schweißen. Ich krieg' jedes Mal 9 Euro. Uh, da war drauf. Ich will nicht sterben. Bitte lasst mich nicht sterben. Eigentlich müsste ich den Sui ausprobieren. Der wird wirklich Spaß machen. Ey, jetzt komm ich auf die Brücke bitte. Jetzt komm ich auf die Brücke bitte. Ey, das war glaub ich vielleicht creepy, was ich hier gemacht hab. Was mach ich gerade, ey? Ja, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Geh weg mit dem MG. Ich würde mal sagen... Ich treff jetzt. So schön, 1080. 1440? Ah, okay. Auch nicht. Ich würde mal sagen, ein Bot mit dem MG steht die ganze Zeit neben mir. Ich würde mal sagen... Ich würde mal sagen... Wallbang da rein? Oh, schade. Ist das lustig gewesen. Left over! What the fuck? Oh, was war das? Das sah komisch aus. Und deshalb war gefehlt. Oh, danke. Jetzt gehen die Bots mal endlich mal weg. Und dann kommen die andere her. Ich bin halt echt schlecht. Wenn man sowas nicht trifft. Was man eigentlich nicht mal tryen sollte, aber man trifft es trotzdem nicht. Dann sollte man sich Gedanken machen. Oh mein, ich denke, das ist halt so ein Beacon zu mir. Das ist so echt für mein Kontrolle. Ah! Ah! Oh! 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 Oh mein, du bist ein geiler Typ. Und dann ist es eine neue Serie werden, die ich nur mit Monkeys mache oder so, also, ja... So... Bill Botting mit Monkeys oder sowas, würde ich den nennen. Keine Ahnung. Oh, das ist ein geiler Typ. Und dann... Bill Botting hat voll überhaupt keinen Sinn. Eigentlich müsste das genau andersrum sein. Aber ist ja egal. Ja, okay, das war Folge 1. Mal gucken wann die nächste kommt. Danke für's du schon. Tschüss.